0 1 8 0 2 10 10 10 Sie sehen es eingeblendet hier oben auch online www.ehfk.de insbesondere wenn Sie am Telefon nicht durchkommen. Bitte bleiben Sie dran. Sie kriegen uns und Sie kriegen bestimmt auch einen der Prominenten und wir freuen uns auf Ihre Spende. Ganz großes und herzliches Dankeschön für Ihre Bereitschaft bei Ein Herz für Kinder 2014 mitzumachen. Und wir möchten Danke sagen auf besondere Art und Weise zu den Klängen von Christa Burke ein Dankeschön an die Spenderinnen und Spender. Guten Abend meine Damen und Herren. Bitte Sie spenden viel für ein Herz für Kinder. Dankeschön. A child is born on a battlefield A soldier boy falls to his knees And a mother cries for a hungry babe When will we live in peace again A child is born where the wild wind blows On a country torn from the south to the north And a family runs from day to day And a family runs from day to day When will we see our home again When will we see our home again When will we see the simple truth The only thing that's worth a damn The life of a child is born The life of a child is more than a forest The life of a child is more than a border could ever be My name is Schwester Raffaela. Seit 45 Jahren lebe ich in Afrika. Sie haben mir geholfen, Großes in die Tat umzusetzen. Mit ihren Spenden konnte ich in Tansania Zwei Kindergärten aufbauen Ein großes Gymnasium Für mehr als 400 Schülerinnen und Schüler Gemeinsam haben wir viel geschafft Mein neuer großer Traum ist der Bau einer Grundschule Ein Herz für Kinder, dabei an meiner Seite zu wissen Erfüllt mich mit Glück und Zuversicht Gott segne sie alle und ihre Familien Danke Mein Name ist Vitali Klitschko Ich komme aus Ukraine Sie wissen, es ist eine schwere Zeit für mein Heimatland Diejenigen, die am meisten leiden sind die Kinder Deswegen freue ich mich sehr dass ein Herz für Kinder viele Projekte in der Ukraine unterstützt Auch in Zukunft brauchen wir dringend Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung Darum bitten wir Sie um Ihre Spende Danke für Ihr großes Herz Guten Abend Mein Name ist Bettina Wulff Seit einem Jahr engagiere ich mich ehrenamtlich beim Notruf Meriam in Hannover Rund um die Uhr vermitteln wir Schwangeren und jungen Müttern in Not konkrete Hilfe kostenlos, schnell und unbürokratisch Schon lange unterstützt ein Herz für Kinder Projekte die verhindern dass junge Mütter und Familien sich selbst überlassen bleiben Ihre Spende kommen an in Frauenhäusern Noteinrichtungen für Kinder und bei Familienhebammen Diese Arbeit soll weitergehen mit Ihrer Spende Vielen Dank dafür Die Kinder ist in der desert son A tiny life has just begun und die 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 sind in die sind die sind die die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020